Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. In diesem Video geht es um diesen Tab Pro Gasgrill, den ich beim Discounter erstanden habe. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Aufbau, den ihr gerade im Zeitraffer-Video gesehen habt, hat ca. 2 Stunden gedauert. Der Grill kostet 249 Euro, hat 4 Brenner, eine Sizzle Zone, hier ein Flaschenöffner ist dran. Man kriegt eine große Gasflasche rein. Dann ist außerdem noch im Preis inklusive eine Abdeckung. Insgesamt hat der Grill 4 Brenner. Die zwei auf der linken Seite haben 3,2 kW und die beiden hier auf der rechten Seite haben jeweils 4,5 kW. Und man sieht hier auch den Unterschied in den Hitzeschildern, dass hier so kleine Löcher drin sind, dass die Hitze besser durch kann. Das gibt es hier auf der linken Seite nicht. Zur Verarbeitungsqualität muss man sagen, ist natürlich alles sehr dünnes Blech und jetzt nicht super hochwertig verarbeitet. auch die Rost jetzt nicht unbedingt, aber ich würde sagen, für den Preis ist es durchaus in Ordnung. Wenn ich hier ein bisschen dran rüttel, dann merkt man schon, es hat schon einen festen Stand und es klappt nicht gleich alles zusammen. Aber hier hat man gerade ein anderes Manko gesehen, die Türen schließen nicht optimal und die gehen manchmal einfach von alleine auf. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ist es preis-leistungstechnisch schon in Ordnung. Man hat vier Brenner, eine Sizzle Zone, man kriegt die Abdeckung dazu. hat noch einen Ablagetisch an der Seite. Natürlich kann man hier nicht die höchste Qualität erwarten, aber ich finde preis-leistungstechnisch ist es angemessen und schon in Ordnung. In den nächsten Videos werde ich ihn mal ausprobieren und dann kann ich euch mehr sagen. Danke fürs Zuschauen, wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.